Hallo Leute, hier ist das Video Anfallreihe in Saison 1. Jetzt kommt meine Bestellung von Burger King. Wir haben jetzt 13 Uhr oder 14 Uhr so. Heute, ne? Dazu weiß ich jetzt wieder nicht. Und ja, am Sonntag heute, morgens Feiertag. Ja, ich hole noch meine Bestellung raus. Einmal hier Bomben. Geil. Dann leckere Soßen. Dann leckere Soßen hier. Und hier nochmal Bomben. Das war eine Bomben. Und dann kommt hier der leckere Böhrer, den zeige ich euch auch mal. Das ist ein Dreck. Das habe ich noch, das habe ich nie. Das hat nur Bomben und so. Hier. Und eine kleine Soße. Und hier nochmal was. Ja, ich sage mal, bis zum nächsten Mal, eure Saison, sollte so ein kleiner, meine Bestellung von Burger King. Das war jetzt eine kleine Bestellung, mehr Watch und die schon Burger King. Und nachher mache ich mir so noch was, weil es wenn ich Hunger habe und... Das war also, für zwischendurch habe ich noch ein bisschen bestellt. Ne? Alles klar. Haut rein. Peace. Das war... Und hier ist meine Pommes, wenn ihr sehen wollt. Ach, hier ist nicht Pommes. Genau, hier sind die schicken. Stürmen sind die schicken, Mann. Ich bin auch so... Hier. Diese Zwiebelnringe sind das. Mann, das ist Pommes. Mann, 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 Mann. Bin auch gekloppt. Naja, ich sage mal, bis zum nächsten Mal, eure Saison, unsere Reise, in Saison 1. Sagt's, auf Wiedersehen. Sagt, ciao. Die Klau. In der Hau. Hier ist der Böre nochmal. Gleich nochmal aufmachen. Boah, lecker. Jetzt gräse ich mir jetzt gleich rein. Und dann ist die gut, ne? Ciao, ciao. Peace. Peace.